Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Oh, noch Fish Market, eine der hässlichsten Maps. So, schauen wir mal mit der Tastatur schon mal ganz gut zu klappen. Dies freut mich. So, und wen spüren wir denn? Können wir da irgendwen? Nö. Hm, Machenenthron. So, jetzt müssen wir gerade mal die ganzen Widgets hier gucken. Event ist da ein Tick runter, dass man noch die Ult-Charges sieht. So, das gleiche dann auch. Auch. Na. Auch hier ein bisschen runter, dass man das hier sieht. Und das kommt dann auch ein bisschen. Leider hier rein, ok. Ja, 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 5-4-4. Ah, passt. Auf geht's. H不會. 5-4-5-6. So, jetzt sind alle ganz gut dabei. komo hinterher ein kleiner flitzer moin empire style sein wunderschönen gut dacht hier aber auch wir wollen ja die ganze settings verhunzt passt das mit dem sound oder ist es viel zu laut der in-game sound das sagst du 1.8 bis jetzt sehr nice gefällt mir warum teilen sie sich denn so lächerlich aus das fallen wir alle mein gott warum chase ein mochi mit einem makoah lässt ein strix allein der backline kassi verdünnisiert sich dann auch komplett und dann ist der point auch schon verloren meine fresse an sich zum patch sehr nice gefällt mir dass die damage beziehungsweise die burst meter ein bisschen genervt wurde mochi ist halt mochi kassi verdünnisiert die ist noch nicht so ganz on point das hat die beiden haben so kein flank doch wenn ich auf koga da drüber laufen kann Oh mein Gott, der Makovash fällt sich dazwischen, dass der den Bonus-Damage auch nicht macht. Ah, hier ist 7,639. Ja, das dauert noch ein bisschen. Hast du das neu geleakte Video gesehen von dem neuen Champion? Nö, habe ich noch nicht gesehen. Stichlash! Oh, noch ho und Fernando. Er ist echt schön anhoog. Stichlash! Dein Titel ist falsch, warum? Absolut nicht, 1.8 Hype, dann bisschen Rant, bisschen Casual, Battle Pass Level, so alles absolut richtig und legitim, wenn da noch der FIFA Titel drinsteht, dann hast du noch nicht aktualisiert, auch wie läuft die Cassie denn, ey? Nein, der Drop ist gelutscht. Oder? Ist der Drop gelutscht? Ich denke schon. Jo, wir haben meine Credits bekommen, was sagt denn der Titel bei mir? Der Titel sagt, oh ne, hat er nicht aktualisiert und auch nicht das Spiel aktualisiert, man, 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 man. 1.8 Hype, das war ich zu schnell vorhin wahrscheinlich. Wer stimmt denn da so? Ich hab doch alle gemutet oder nicht? So, Date. Ist das jetzt geupdatet? Nö. Ok, aber Streamlabs OBS kann ich anscheinend nicht mehr mal einen Titel updaten, aber ich muss das gleich machen. Wer schmackst denn hier so was? Das kann ja nur der eine sein, ne? Oh, dann muss ich gleich mal das Dashboard gehen, wenn Streamlabs OBS das nicht mehr auf die Kette kriegt. So einen simplen Titel abzudaten, oder? Da braucht es 10 Minuten, keine Ahnung. Schön, wie wir da in einer Reihe stehen. Leute, wir brauchen hier vielleicht eine Sinnhilfe. Diese checken es nicht. Juhuuu, eingenommen, man. Adi-Kedabra. Grab'n'Fire? Was sagt die das denn? So, on point. Oh Gott, wo sind denn alle? Wo sind denn unsere alle? Egal. Oh, so, nehmt das nur. Ne, wem zwei mit. Das können... Kein Regroup-Leader Mokawa, lieber Nimble zwei Yama Kenzi. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. Hup, 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 hup. Ja, mach das halt gut, du mal. sie macht keine faxen alles gefehlt was zu fehlen gab der ist schon mal gut geblockt wo ist der Motor hin? 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 schaffe ich jetzt nicht schaffe wenn gleich die wunde vorbei ist der mako bitte nicht tun dass wir jetzt noch nicht die stadt die hoher holt sogar noch also nicht schlecht für uns die mails rasierender gerade durch hallo guten tag noch mal keine exekte so zack 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 schnell hier rein da rein da rein da rein dass es jetzt leckt ein bisschen twitch kommt twitch tv zeigt mir mein dashboard gepinne mach speed das dashboard nope kriege ich jetzt noch nicht aktualisiert jetzt habe ich mir noch mein ui zerschossen das ist wirklich die scheiße windows leiste da unten naja ultimate is ready ultimate is ready ultimate is ready ultimate is ready ok schau 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 Wenn es nicht mehr geht, musst du rücken. Wuuuuhuuuuh! Starger Hulk auf den Blink. Okay, mach mal gut zu dreien. Nein, dann lade ich gerade nach, warum auch immer. Ja, kaum auch für den Win, dann können wir hier gerade mal nicht neu starten, aber dass wir alles mal in Ruhe einstellen. Sehr geil. Das Trickster down geht so ein bisschen dickhaft. Das Trickster down geht so ein bisschen dickhaft. Sehr schön. Ah, jetzt hat es durchaktualisiert, oder? Patch 1.8, Battle-Puzzle-Event, Ranked Casual, ja, ich glaube, jetzt ist es drin. Sup, Franco? Ah, das passt jetzt gut mit meinem Kopf, das ist ja schon fast auf POTG Höhe. ZACK! 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 ZACK!